hallo herzlich willkommen hier heute zu conny dekoriert und das natürlich mit herz und mit herzerei mich ja der körpermann ganz genau und das ist unsere erste ich sag einfach mal vorweihnachtliche deko idee ganz natürlich mit wirklich wieder materialien hier aus dem garten und ja mit sachen die man am wegesrand findet und ihr lieben wenn ihr wissen wollt wie diese vorweihnachtliche deko funktioniert bleibt dran weil die zeigen wir euch jetzt das sind die sachen die wir heute brauchen für unsere terrassen deko genau und da fangen wir auch schon mal gleich an ich habe hier ein paar terracotta töpfe da haben wir ganz viele kräuter in diesem jahr im sommer gehabt die habe ich einfach nur ein bisschen abgeputzt ich habe gerade nicht so viele kerzen ich habe noch gar keine großen kerzen besorgt habe einfach die jetzt genommen die ich gefunden habe da habe ich einmal eine große echtwachsstumpenkerze dann habe ich zwei in weiß und ich habe hier auch noch eine echtwachs led kerze mit timer auch die haben wir auf hof oelkers guckt im onlineshop die kerzen haben wir glaube ich auch eingepflegt ne mich ja genau die haben wir drin dann haben wir bemooste äste ich habe hier noch ein bisschen von bollenmoos ich habe noch plattenmoos und ich habe lärchenzweige hier von unserem baum dann habe ich eben noch diese kleinen rostbäumchen habe ich gefunden ich habe hier jute seil das denke ich kann ich heute auch ganz gut gebrauchen und noch ein paar zapfen und zwei äpfel habe ich noch für die fügelchen und ich würde sagen wir starten und natürlich nicht zu vergessen das wichtigste die pflanzen das sind die sukulenten da habe ich noch zwei töpfe gehabt die hatte ich mir ja letztes mal da habe ich mir ein paar töpfe besorgt die waren relativ günstig und was ich noch habe ich habe eben einmal diese kiste und ich habe hier auch noch ein eine holzscheibe gefunden könnt aber auch ein tablett oder einfach nur eine holzscheibe nehmen guckt einfach mal welche größen ihr habt oder was ihr so zu hause ja was ihr so zur verfügung habt und ich würde sagen wir starten und ich lasse auch schon hier meine holzscheibe hier einfach so auf meiner kiste stehen und ich würde sehr gerne schon mal die anordnung machen mit meinen terracotta töpfen und ich habe mich dafür die großen entschieden weil ich finde jetzt gerade hier mit dieser kiste passt das ganz gut und stelle ich mir jetzt hier schon mal in position ihr könnt ihr natürlich auch wunderbar ankleben das heißt wenn es irgendwo ja steht wo es windig ist oder kippen kann dann ist es natürlich optimaler aber ich denke so für uns heute reicht das vollkommen aus und dann fange ich schon an ich nehme hier erst mal das platten moos und das lege ich mir hier schon mal in meine töpfe rein und dann nehme ich die kerzen mache mir hier jetzt so eine kleine kuhle mit den fingern stellen die kerze hier rein und dann ist sie auch wunderbar fest dann würde ich es nachher gerne auch noch ein bisschen auffüllen das heißt ihr müsst es nicht bis oben hin mit moos machen das mache ich mit dieser kerze auch im hinteren bereich könnt auch verschiedene farben nehmen oder auch stab kerzen kann man wunderbar auch noch mal mischen man muss jetzt nicht unbedingt nur stunden kerzen haben hier nehme ich jetzt nicht mal diese ganz große da setze ich mir jetzt schon mal außen noch ein bisschen mehr moos rein damit die ein ein bisschen stabiler ist und hier vorne ich habe sie auf timer gestellt kommt jetzt meine echtwachs led kerze das passt auch wunderbar die geht jetzt von alleine an und natürlich auch aus ich nehme ich die sukkulenten aus dem topf mache meine erde vorsichtig unten ab teile mir das und jetzt gucke ich mal wo ich richtig schön platz habe und das ist mir doch ein bisschen zu wuchtig die trenne ich mir jetzt auch noch mal und setze mir die hier einfach so an die seite mit rein wenn ihr mehr luft nach oben haben wollt könnt ihr natürlich super das von unten noch füllen das heißt ich gucke jetzt einfach mal ich werde hier jetzt einfach noch ein bisschen mehr moos draufsetzen dann kommt die kerze auch noch höher und ihr habt natürlich mehr von der kerze und das mache ich jetzt noch mal eben noch wieder ein bisschen moos drauf hier wieder rein und dann passt das auch perfekt und an der seite werde ich jetzt die sukkulenten hier rundherum reinsetzen da wir es ja auch jetzt schön weihnachtlich haben wollen oder vorweihnachtlich ist so ein toller zapfen natürlich auch fantastisch ich mag die hellen ganz gerne den würde ich jetzt hier einfach so in den hinteren bereich statt sukkulente noch mal so dazusetzen und auch jetzt hier bei meiner led kerze auch die nehme ich doch noch mal ein bisschen hoch da kann man natürlich jetzt schön spielen von der höhe her immer noch mal ein bisschen was unter füttern und auch die sukkulenten hier kommen schön an die seite mit rein hier habe ich jetzt noch ein bisschen bollen moos jetzt einfach im hinteren bereich nochmal schön reinsetzen und weiter geht's ich habe nicht mehr so viel bollen moos das finde ich auch immer sehr sehr schön aber ich nehme jetzt hier das platten moos und dann könnt ihr euch einfach so ein paar tufts machen ich drücke mir das so ein bisschen zusammen und würde mir wirklich als ja sag einfach mal so als tuft mir das so damit dazu legen da lege ich mir jetzt so ich sag mal so drei bis fünf stück nochmal mit in die kiste rein im hinteren bereich finde ich das jetzt auch schön wenn es noch ein bisschen nach oben kommt einfach so ein bisschen dagegen lehnen und auch im vorderen bereich einfach so oben rauf zwei äpfel habe ich die lege ich mir jetzt auch noch mal hier können sich gerne auch die fügelchen unbedingt dran bedienen und ich habe hier meine kleinen tontöpfe terracotta töpfe die stelle ich mir jetzt auch noch mal rüber ein mit dazu und noch ein paar kleine sukulenten gefunden und auch die kommen jetzt hier in unsere schönen terrakotta töpfchen einfach nur ein bisschen reingedrückt und hier mit drauf gesetzt ich glaube ich habe hier so drei stück habe ich schon fertig die beiden wenn es jetzt auch noch gefüllt jetzt wird es richtig schön zimtstangen wir lieben zimtstangen die riechen wirklich fantastisch und ich habe hier mal drei stück da schneide ich mir jetzt eben noch mal ein stück ab beziehungsweise ich gehe jetzt paar mal mit meinem jutwand rum nehmen wir mal eben eine schere schneide das ab und dann können die zimtstangen hier wunderbar in dem hinteren bereich finde ich total schön einfach so neben die kerze gelegt und die rostbäumchen die kann man jetzt hier auch noch mal wunderbar noch mal in die töpfe mit reinstecken auch in die kleinen töpfe zum abschluss finde ich immer richtig schön so schöne holz sterne die kann man jetzt wirklich wunderbar schon dazu dekorieren und da werde ich jetzt hier auch innen drin ein paar stähnchen rein machen und die lärchenzweige die dürfen natürlich nicht fehlen ich habe hier an der seite habe ich mir einen reingelegt und dann versuche ich einfach mal hier noch einen so rüber zu legen und fertig sind wir die lichter brennen super gemütlich wir lassen es auch tatsächlich hier auf der terrasse stehen wir sind schon wieder dabei so ein paar sommersachen wegzupacken oder herbstliche sachen und dann kann das hier wunderbar ausgetauscht werden und hat hier einen wunderschönen platz ihr lieben und wir hoffen natürlich dass wir euch inspirieren konnten dann freuen wir uns über den daumen nach oben folgt uns gerne auf facebook pinterest oder instagram sorry und abonniert gerne den kanal das ist natürlich kostenlos und ihr bekommt immer kleine schöne natürliche dekoideen also ihr lieben also ihr lieben also sagt mal fortfindung störung heute es ist vielleicht schon ein bisschen die kälte aber egal wir freuen uns die tage wieder mit und für euch zu dekorieren bleibt ganz doll gesund eure corny und euer micha ganz genau ihr lieben und natürlich die fellnasen und besonders auch laura bis dann tschüss tschüss tschüss